Hallo! Hallo! Wollen wir uns da einsetzen? Ja, klar! Hallo! Hallo! Darf es bei Ihnen schon was zu trinken sein? Für mich nur im Wasser. Für mich auch, bitte. Alles klar. Ähm, ich muss mal kurz aufs Klo. Dann komme ich gleich wieder. Hey, dein Handy! Anders, ganz gut. Ja, hey! Ja! 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 Was? Okay, Vorsicht. Wenn ich dir helfen kann, alles gut. Ich verstehe es nicht. Was war das gerade? Warum? Was ging dir dabei durch den Kopf? Warum hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, ich kann nicht. Warte doch mal. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Warte doch mal. Hey, komm, lass uns reden, ja? Kannst du mir jetzt vielleicht mal erzählen, was das vorhin sollte mit dem Handy? Ich habe echt keine Ahnung, was das war. Ich meine, du hast noch nie so handy fixiert. So habe ich dich gar nicht kennengelernt. Schau einfach, dass es nicht wieder vorkommt, ja? Versprochen. Und lass uns heute einfach den Tag genießen, bitte. Es ist so schön und... Ja. Komm her. Wir müssen das. Was soll das? Was auf die Bahn kommt? Los! Komm her! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020